hallo und herzlich willkommen zu einem neuen netz play von mir habe es nun friends of mineral town und let's go der name ist klar wieder am start ist dieser nummer richtig ja es ist sommer es ist ich habe heute den neunten ist es sicher ja der fahrer ja ein guter farm namen fehlt wie könnten wir den farm namen ich mach es einfach mal ganz schlicht und nenne ihn ja der hundesname okay da fällt mir auch so etwas ein den nenne ich einfach mal weil wir heute alles fröhlich sind das ist und weiter ja weiter dein armer juma der hunde namen happy der besitzer dieser farm ist vor einer weile gestorben du kannst hier nicht einfach rein platzen was du kannst ihn und du wusstest nicht dass er gestorben ist es ist ungefähr sechs monaten erst von ungefähr sechs monaten gestorben als ich hier auf aufräumte habe ich sein testament gefunden er sagte darin ich überlasse rio mal meine farbe also passe ich so lange auf die farm auf bis er kommt was du sagst du bist rio erzählst du mir wie du den alten mann kennengelernt hast es ist damit rio mal freust du dich nicht dass du mitgekommen bist ich bin auch froh über den urlaub willst du am fluss angeln gehen junger mensch ich kann die juma nicht finden was kleine wollen warum weinst du hast du dich verlaufen was ist das ein telefonnummer auf deinem rucksack lass uns anrufen vielen dank dass du uns geholfen hast unseren sohn zu finden wir wohnen in der stadt auf diesem ausflug wollten wir unseren sohn das landleben zeigen tatsächlich wenn das so ist warum kommt ihr nicht mit nicht mit und verbringt ein digital verbringt ein paar tage bei mir boah ey lesefehler auf meiner farm im ernst ja ich wohne allein stört niemanden ich würde mich über gesellschaft freuen ist das nicht teure juma dann hast du die ganze farm zum spiel juhu schweinereien macht spaß ja hüsa verdrein juhu juhu und hüde jagen ja jag das hut schlag es mit dem stock und zeugs als wasserwerfen macht auch spaß oh mein hund ich mag hunde am liebsten zum frühstück oh was für eine schöne braune wiese du warst so still ich dachte du wärst tot das ist perfekt ich habe jemanden zum spielen gesucht denke du bist gut dafür es macht keinen spaß wenn du nur stumm da sind warum erzählst du mir nichts über dich ich bin neugierig hattest du spaß ich hatte auf jeden fall spaß mit dir ich selber habe keine enkelkinder weißt du naja du musst nun gehen mach es gut meinst du dass du einen alten mann mal einen brief schreiben könntest wirklich hier ist meine adresse du gehst schon wenn du gehst ist mir langweilig und ich bin allein du musst zurückkommen ok sieht aus als hättest du eine freundin gefunden nun nur ein weiterer grund zurückzukommen ich warte auf deinen brief und er kam nicht ihr habt euch gegenseitig briefe geschrieben und als er nicht mehr zurückgeschrieben hat wolltest du nach ihm sehen er hat dir die farm vermacht wenn du willst gehörte dir was meinst du na klar toll hat jetzt gehört ihr dieser ort so geht das so einfach mein grundstück es wird nicht leicht aber wenn du dich anstrengst kannst du ihn stolz machen dann am nächsten tag ja ich kann rumlaufen und ich kann wirklich angucken knöpfe 1 und 2 uhr gesicht nahm die namen der version mit der du sprichst im fenster anzeigen ja alles klar lalala guten morgen du kennst das farmleben noch nicht deshalb erkläre ich dir das wichtigste verwende knöpfe knapp a um gegenstände vor dir aufzuheben etwas zu werfen und mit leuten zu reden du kannst den kaufen indem du den leuten hinter dem verkaufstresen sprichst ist der laden geschlossen wird niemand etwas verkaufen also gibt dir keine mühe verwende knopf b um werkzeuge oder gegenstände zu benutzen du kannst nur verwenden was du festhältst willst du noch mehr anleitungen hören äh nein sicher du musst dich wegen mir nicht zurückhalten wenn du später mehr hören willst drücke jederzeit den startknopf verstanden es ist deine farm du kannst tun was du willst aber dein oberstes ziel sollte sein geld zum leben zu verdienen du kannst zum beispiel dinge in den bergen sammeln und verkaufen ist mit der farm alles klar versuche die stadt zu erkunden geh nach rechts auf der straße vor deiner farm und sieh du siehst die jubel jubel oder jubel farm und die geflügel farm hm versuche da zu fragen versuche da zu fragen ich habe dir meinen alten schritt meist schrittmesser gelassen er ist in der werkzeugbox end auf deiner farm es ist immer gut zu wissen wie weit man gegangen ist oder bis später aus rein digga äh wer kommt da denn Jack Norris oh nein es ist Jack Norris nicht ganz es ist Jack Jack mein name ich kümmere mich um die pakete nach Mineralstadt lass mich dir zeigen wie mein dinge zu verkaufen versendet dies ist eine versandbox fülle sie mit den dinge die du verkaufen willst und ich hole sie täglich um 17 uhr ab ich bezahle dich wenn ich das tue an freitag arbeite ich nicht bedenke auch ich brauche mal eine pause ok du hast einen hühnerstall für hühner die scheune für kühe und schafe du kannst alles versenden was du anbaust oder in den Bergen findest oder natürlich Eier Wolle oder Milch arbeite hart nicht zu hart für dein Gesicht blau heißt das dass du bald zusammenbrichst wenn das passiert kommst du in die Klinik und bist eine Zeit lang aus dem Beschäft tschüss dann vergiss nicht täglich um 17 uhr Mann was muss der denn so schreien kann ich jetzt loslegen juhu weg erstmal aufräumen und weg damit reicht es wenn ich das einfach so wegschmeißen ja stein geht kaputt äh stein geht kaputt stein stein kann ich nicht kaputt machen das war das ganze unkraut hier weg werden hier weg 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 da braucht man das vielleicht irgendwas ich bin mir da gar nicht so sicher ich bin habe es übrigens gerade zum ersten mal und habe es noch nie vorher gespielt beziehungsweise kein teil davon vorher gespielt was große stein der hat hat es noch nie vorher gespielt aber kann ich nicht das rüber haben außer es ist level 2 oder besser kann ich ihn einsammeln ich kann ich kann die stecker und steine einsammeln einsammeln ich würde sagen ich würde sagen ich würde sagen ich würde sagen es ist leute es Oder ich habe eine bessere Idee. Ich räum es bei ihm frei. Oh, ein seltener Gast. Guten Tag. Mein Name ist Won. Ich bin ein Reisendachender aus Verlust. Wie geht es dir? Ich führe viele Seiten zusammen. Du wirst zufrieden sein, wenn du sie kaufst. Ich wohne bei Zack. Komm jederzeit vorbei und schau dich um. Ich muss gehen und meine Runde machen. Ich erwarte dich. Ich war gerade bei mir, sau. So, weiter und kurz ernten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich mache es einfach mal. Weil es so lustig ist. Okay, die Aufgabe ist wirklich nervig. Es muss ein einfacher Weg geben. Auf ins Betthaus. Gucken wir mal in die Truhe. Dort drin ist eine Sichel. Gras, Unkraut oder Feldfrüchte schneiden. Mitnehmen. Axt der Hacker, Äxte um Nutzholz. Nicht für Baumstümpfe. Okay, mitnehmen. Hammer, Zerschlagesteine oder Zäune. Bereite Feder vor. Okay, was ist das? Schrittmesser. Wie ich kann. Okay, ich kann offensichtlich aber nur drei Tools mitnehmen. Aha, Hammer. Das ist ja der Hammer. Das macht die ganze Sache viel angenehmer. Da ich die Steine sowieso vorher nicht zertrümmern konnte. Und Bäm. Und Bäm. Und geht nicht. Und Bäm. Und. Na. Bäm. Kann ich das zerschlagen? Nein. Aber ich kann ja da einen Stein zerschlagen. Wunderbar. Zack. Und zack. Und zack. Eisbruch euer Jahren. Eisbruch abgelehnt. Und abgelehnt. Und abgelehnt. Und abgelehnt. Ja. Das macht Spaß. Abgelehnt. Und abgelehnt. Und abgelehnt. Yeah. Kommt schon. Noch ein Stein. Da. Abgelehnt. Und abgelehnt. Und abgelehnt. Und abgelehnt. Und abgelehnt. Ja. Hart arbeiten. Lütze ich immer aus. Und Zeit stellen. Zerschlagen auch. Abgelehnt. Und abgelehnt. Und abgelehnt. Ich weiß gar nicht welche Uhr ist. Karfreie aber das Spiel hat. Das ist ja voller Gewalt hier. Mit diesem ganzen Zerstromerungsarbeiten. Abgelehnt. Und abgelehnt. Und abgelehnt. Und abgelehnt. Ich werde auf dem Farm. Auf der Farm müssen wir später. Sauviele. Pflanzen. Pflanzen. Ich weiß überhaupt nicht. Und dass man da irgendwas pflanzen muss. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht so ein Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht ob das hier kapitalsverdichtete ist was wir gerade übergehen. Oder ob das schon alles in Ordnung hat. Mal das Schüttel zu den Kopf. Jetzt mach weiter. Oder ist der Schöpft. Der Schlag noch einstellen. Und dann gehe ich mal nach Hause ins Bett. Betschönlich komme. Laloalo. Hallo. Guten Abend. So schlafen. Benszeit. Da ist für den Tag heute. Ja das war's. Ja das war's. Schöpft. ビ utan.